Hallo an alle, ich möchte mich heute mal wirklich mit einer absoluten Verschwörungstheorie an euch wenden. Und zwar geht es um das Thema Brexit. Der eine oder andere wird es mitbekommen haben, die EU ist seit gestern ein Mitglied weniger, die Briten sind aus der EU offiziell ausgetreten. Bravo, die einen oder anderen von euch klatschen nun Applaus und sind hellauf begeistert wie revolutionär und die Briten sich gegen das System der EU und aus den Klauen der EU befreit haben. Ich persönlich habe dazu eine andere Meinung und ich möchte diese Theorie einfach jetzt mal ins Netz stellen. Und ich bin davon überzeugt, wer tatsächlich noch glaubt, dass die Eliten planlos handeln und man sich aus einem solchen perfiden System, was über wirklich Jahrzehnte gesponnen wurde, sich mit einem Bürger, mit einer Bürgerbefragung befreien kann. Ein ganzes Land geht plötzlich raus aus der EU. Ich denke, der hat sich getäuscht. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass Großbritannien einzig und allein nur aus einem einzigen Grunde aus der EU entlassen wurde. Und zwar ist es für mich der Grund, die City of London soll gesichert werden. Kapital und Finanzmärkte sind das alles Entscheidende zur Zeit. Die Gelder werden aus der EU herausgesogen über dubiose Wege, Cum-Ex-Geschäfte und, und, und. Der eine oder andere hat das mitbekommen. Ich bin wirklich der Überzeugung, dieser perfide Plan, die EU irgendwo zu zerstören, den Ländern ihr Kapital zu rauben. Auf einem wirklich dubiosen Weg kann man ja die letzten Jahre sehr genau beobachten. Autokonzerne in Deutschland, große Unternehmen, werden gerade im Ausland, speziell in den USA, auf Milliarden Ersatzklagen herausgeklagt. Also, wie sagt man, ihr versteht, was ich meine. Es gehen Milliarden, werden aus den Ländern gerade rausgesogen, aus den Firmen rausgesogen. Und ich persönlich bin deshalb der Meinung, der Brexit dient einzig und allein den Kapital- und Finanzmärkten der Elite. Das ist der einzige Grund. Und nun wird man die restlichen EU-Staaten weiter gegen sich aufwiegeln, weiterhin Asylsuchende bereitwillig aufnehmen, bis das Ganze immer weiter in den Kollaps gerät, die Rentner sich beschweren, die Menschen immer ärmer und kranker werden. So sieht das aus. Und dann werden auch alle aufbegehren. Das ist meine Theorie zurzeit. Es ist nicht der Brite, der sich so heldenhaft durchgekämpft hat gegen die EU, sondern es sind die Eliten eindeutig, die ihre City of London absichern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr zu uns ins Netzwerk kommt, lostam-people.com Und bitte spendet auch mal für solche Arbeiten, wie dieses Netzwerk, das 100% unabhängig ist, damit auch Leute wie ich und viele andere einfach sich in der Unabhängigkeit vom System einfach auch weiter vernetzen können. Ich bedanke mich ganz herzlich. Oben ist ein Link mit eingefügt zum Netzwerk und auch zum Spendenbereich. Ich bedanke mich für das Zuschauen und für eure Resonanz. Bis bald. Tschüss. Wir möchten uns nach vorne gerichtet, lösungsorientierter miteinander vernetzen, von Mensch zu Mensch. Möchtest du dich auch menschlicher vernetzen? Bist du auch die systemgewollte Kontrolle, die Datensammelwut und das politisch motivierte Zensieren und Sperren in anderen Netzwerken leid? Dann erstelle dir dein kostenloses Profil bei uns. Erstelle deine eigenen Beiträge, teile sie direkt von uns aus zu Facebook, Twitter, WhatsApp, Printist oder zu Telegram. Erstelle deine eigene Seite und Gruppe oder wie wäre es mit deinem eigenen Blog bei uns? Erstelle deine eigenen Veranstaltungen oder Demonstrationen und erreiche mehr Menschen. Lade deine eigenen Bilder, Fotoalben, Dateien oder Musik hoch. Hinterlasse Freunden eine nette Sprachnachricht. Chatte in privaten Chats oder wie wäre es mit einem Gedicht mit passendem Beitragshintergrund. Starte deine eigene Umfrage, verkaufe auf unserem Markt private Dinge. Außerdem warten viele kostenlose Browser Games und spannende aufklärende Filme auf dich. Einen augenschonenden Nachtmodus findest du außerdem unter vielen Einstellungsmöglichkeiten. Finde neue Freunde, steig aus dem ausbeutenden System aus und komm zu uns ins Netzwerk. Lovestorm People. Ein Netzwerk von uns für uns. Wir freuen uns sehr auf dich. Aaaalne dich. Untertitelung des ZDF, 2020